Die Schüler der Klasse 5b zeigen uns heute das Theaterstück Kiriko der Hahn. Viel Spaß! Es war einmal ein Hahn, der lief Kiriko. Eines Tages bekam er eine Einladung. Mein lieber Nesse Kiriko, ich lade dich herzlich in einen pink, fein, schicken Hühnerhaus rein und meine Träume auf der Feuer. Über dein Kommen würde ich mich sehr freuen. Dein Onkel Kiriko. Ich freue mich ja so, dass Onkel Kiriko mich eingeladen hat. Aber jetzt muss ich dich erstmal schicken. Endlich war der Tag der Hochzeit gekommen. Da der Onkel sehr weit entfernt wohnte, stand Kiriko viel früher auch als sonst. Erstmal ein Sichtflächen. Meine super schicke Hose anziehen. Das sieht aber super, oder? Mein tolles Jackett anziehen. Und meine Schuhe, die ich gestern bei H&M gekauft habe, kann ich auch. Und meine Schuhe, die ich gestern bei H&M gekauft habe, kann ich auch. Oh, yeah. Das sieht aber schicker. So, nun bin ich ausgeserbt und sauber. Jetzt kann meine Reise losgehen. Mit sich selbst beschrieben, bezaubernd und hübsch angezogen, ging er los. Plötzlich gab es ein matschendes Geräusch. Nun raten Sie einmal, wo er hineinfrat. In einen Kuhflagen, der war voll der Weizenkörner. Oh, was ist das? Ein Kuhflagen? Mh, was ist der Weizenkörner? Hm, soll ich den auspicken oder nicht auspicken? Wenn ich den auspicke, dann wird ja mein Schnabel schmutzig. Und ich kann nicht zur Hauptverschweite meines Onkels gehen. Wenn ich den aber nicht auspicke, dann bin ich mir absolut sicher, werde ich am Hungersgut sterben. Kiriko konnte der Versuchung nicht widerstehen und pickte sie im Körner auf. Dabei wurde sein Schnabel sehr schmutzig. Mh, die waren aber lecker. Oh, jetzt muss ich noch mal nach Hause gehen, meine Hände waschen. Das war das nicht einmalig, dass ich heute ihm meinen Schnabel schützen wollte, damit ich zu Hause, dass er in mein Office gehen kann. Ich will, ich will das nicht so schmutzig machen dürfen. Was sollte er jetzt tun? Er haschelt keine Wahl, als weiter zu gehen. Er war sehr wütend, als er einen Stock trot. Lieber Stock, lieber Stock, bitte schlag den Wolf, weil sie eigentlich der Schaus trotten wollte. Wenn ich mich die Meile trotten wollte, die mir nicht mal einen Schnabel trotten wollte, damit es zu Hause, dass er in den Onkels gehen kann. Ich will aber nicht, dass er sich nicht so schmutzig machen soll. Was für ein schrecklich böser Stock. Der Hahn fängt an zu schmurren. Er geht weiter und beginnt fast zu wenden. Stock, weil der nicht auf den Wolf klagen wollte. Weil ich ja nicht das Schaus trotten wollte, weil ich nicht die Meile fassen wollte, den ich meinen Schnabel putzen wollte, damit ich zu Hause, dass er in den Onkels gehen kann. Ich will aber nicht, dass er sich ja nicht so schmutzig machen soll. Da rief der Hahn weiter, sehr schnell, weil er nicht zu spät zur Hochzeit war, die seines Onkels kommen wollte. Und da trat er ein Fluss. In der Fluss, in der Fluss, bitte löscht das Feuer, weil das nicht den Stock verbrennen wollte. Welcher nicht den Wolf klagen wollte, welcher nicht das Schaf trotten wollte, welcher nicht die Meile fassen wollte, die mir nicht meinen Schnabel putzen wollte, damit ich zu Hause, dass er in den Onkels gehen kann. Ich will nicht, weil das nicht so schmutzig machen soll. Keiner Esel, lieber Esel, bitte löscht den Fluss aus. Weil er einen Fluss nicht befreuen müssen wollte, welcher nicht den Stock verbrennen wollte, welcher nicht den Wolf schlagen wollte, welcher nicht das Schaf trotten wollte, welcher nicht das Schaf trotten wollte, welcher nicht die Meile fassen wollte, welcher nicht mein Schaf trotten wollte. Ich will ihn nicht, weil ich mich nicht so schmutzig machen soll. Wo aber war der Hahn? Hier. Er verwendete sich beim Esel und fluchte sich immer mehr auf. Der Esel wurde dann so gut, dass er mit seinen Hufen den Hahn in hohen Bogen von sich schnitt. Und nicht, na ihr seht nicht ganz, der Hahn fiel in den Fluss und wurde flitschnackt, aber dafür war der Schnabel sauber. Und die Moral von der Gesicht? Schlipschmerz der Hähne dürfen nicht zu einer Hochzeitsparty. Einfluss der Hahn, die Klinik hoch, mit sauberen Schnabel, aber sehr traurig, den Begriff anzutreten. Danke schön.